Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. Heute mit einem kleinen Granule Nerf Exam Video. Sag mir, wenn in meinem Gesicht das Licht angeht. Ja, 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 okay, lass mir mal an. Ich zeige dir jetzt noch ein paar Farben. Welche Farbe ist das? Rot, richtig. Und das? Genau, gelb. Blau. Schwarz, genau. Und noch zwei. Orange. Gut. Und die letzte Farbe. Brau. Super. Test bestanden. Alles perfekt. Deine Augen sind wunderbar. Einen근ова. Es.